Dann kann es interessanter werden. Es ist ja ganz interessant, apropos, dass Bert van Mawijk der Schwiegerpapa ist von San Bombe. Ja, unangenehm, aber ich glaube, noch unangenehmer wäre es, wenn seine Schwiegermutter da drin war. Stimmt, ja. Also 0 zu 0 noch keine Tore im Soccer City Stadium zwischen den Niederlanden und Dänemark. Gleich geht es weiter mit der zweiten Hälfte. Untertitelung. BR 2018